jo liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem zweiten event oder beziehungsweise im zweiten teil in diesem rennen beziehungsweise doch gewinnt richtig wie richtig da ja heute ist die zwei langen langen rennen mit jeweils zehn kilometern oder etwas drüber haben kriegen schulen so 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 Sollte eine gute Wertungskuppeln werden. Ja, dankeschön. Hoffentlich mal. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 5, lang senke. So, gucken wir mal, wie war das hier kriegt. Links 5, 80, rechts 4, über Kuppel. Links 2, macht auf, durch Senke, Kuppel senke. Rechts 4, über Kuppel. Rechts 5, in links 3, durch Senke, 60, rechts 5, Nelle, 60, rechts 6, überwählen, in links 5, lang überwählen, Kuppel, Nelle, rechts 6, 60, Kuppel, vielleicht Sprung, in rechts 6, links 5, rechts 5, links 6, überwählen, rechts 5, lang 80, überwählen, links 6. So, hier ist die Zwischenzeit, zeigt 7 Sekunden Vorsprung. Rechts 6, links 6, inkehren, links, Kuppel, 60, Fäde, links 5, 60, rechts 3, durch senke, in links 5. Welne, links 5, 60, rechts 3, durchsenken, in links 5, rechts 6, überwählen, in links 5, lang überwählen, Kuppe, welne, rechts 6, 60, Kuppe, vielleicht Sprung, in rechts 6, links 5, rechts 5, links 4, überwählen, rechts 3, überwählen, in rechts 4, lang durchsenken. Links 5, überwählen, in rechts 4, überwählen, links 4, überpuppen, rechts 3, durchsenken, nachzug, 2, Kuppe, steigen, außen, links 4, überwählen, in rechts 4, links 4, in rechts, 2, in rechts 4, da füllen wir bei 18 Sekunden, 8 und Halb. Oh, du verknallt. 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 Und Achtung! Rechts 4! Rechts halten! Über Kuppe! Sprung! 130! Achtung! Langsam! Kuppe! Sprung! In rechts! 4! Lang! Überwellen! Kuppe links! 4! 60! Rechts! 6! 90 Grad links! Lang! In links! 4! In rechts! 5! Links! 4! In rechts! 2! Lang! Überwellen! Kuppe! Links! 3! Durchsenke! Kuppe! Rechts! 3! Durchsenke! Links! 4! Überwellen! Rechts! 3! Überwellen! In rechts! 4! Lang! Durchsenke! Links! 5! Überwellen! Links! 3! Durchsenke! Kuppe! Rechts! 3! Durchsenke! Kuppe! Links! 2! Lang! Überwellen! Rechts! 4! Links 6, Bälle, Kuppe, rechts 5, lang, über Bälle. In links 6, über Bälle, 60, rechts 5, Bälle. Links 3, durchsenke 60, rechts 5, Bälle, 60. Rechts 6, über Bälle, in links 5, lang, über Bälle. Kuppe, Bälle, rechts 6, 60, rechts 6, über Bälle. In links 5, lang, über Bälle. Kuppel, Bälle. Rechts 6, 60. Achtung Kuppel, Kleinsprung. Zur Vorkehr, rechts. In rechts 6. Links 6. Links 6, Bälle, Kuppel. Rechts 5, lang, über Bälle. In links 6, über Bälle, 60. Rechts 5, links. Links 3, durch Senke, 60. Rechts 5, Bälle, 60. Dann muss man wieder leicht anbremsen, weil wir nicht in die Kurve zu weit rausrutschen. So, wenn ich quatsche, äh, nicht viel quatsche. Das hat, wie gesagt, einfach die Gründe damit, dass ich mich hier wirklich konzentrieren muss. Um es halt wenigstens erfolgreich zu schaffen. Und nicht irgendwo im Schnee zu liegen dann. Rechts 4, rechts 4, Kuppel, links 3, lang, über Bälle, in Kuppel, Sprung, 60, über Bälle, 60. Links 2, macht auf, durch Senke, Kuppel, Senke. Rechts 4, über Kuppel. Boah. Bis Ziel. So, das war Rennung Nummer 1. Okay, die Fahrt zur Marschung. Mhm. Am Ende haben wir ein Vorstellfall über 2 Minuten. So, mal eben nebenbei. Das ist sehr gut gelaufen. Ja. 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 Vielen Dank. Dann haben wir jetzt den letzten Teilchen noch. Vielen Dank. 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 Wie gesagt, noch Steine außen und ich hibbe mich genau, sie soll... Oh, komm, ich gehe weg. ... 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